Moin Leute und herzlich willkommen bei Nilsson1489. In diesem 23. Teil des OBS Studio Komplettkurses werden wir uns mal was ganz Besonderes anschauen und zwar wie ihr Gameplay und eure Facecam getrennt voneinander aufnehmen könnt, um später im Schnitt entscheiden zu können, wann eure Facecam zu sehen ist und vor allem in welcher Größe und wo sie zu sehen ist, ohne dass ihr was aus dem Gameplay rausschneiden müsst. Ne ziemlich geile Sache, an sich gar nicht so schwierig umzusetzen und wie es genau geht, erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Seid ihr aktuell auf der Suche nach atemberaubenden animierten Overlays und Designs für euren Stream- oder YouTube-Kanal? Dann solltet ihr euch unbedingt mal OnTV anschauen. Hier bekommt ihr neben kompletten Overlay-Paketen auch Emotes, Logos und vieles mehr. Auf den Produktseiten findet ihr neben ausführlichen Informationen auch Beispiele zu den einzelnen Anwendungsstunden. Und vergesst beim Checkout nicht den Code Nielson1489, denn damit staubt ihr 40% Rabatt ab. Wenn ihr Aufnahmen mit OBS Studio erstellt, dann habt ihr meistens das Problem im Schnitt, dass ihr vielleicht bestimmte Sequenzen habt, in denen ihr eure Webcam oder Facecam, soweit ihr diese natürlich in euer Video mit eingebunden habt, nicht entfernen könnt, obwohl ihr es wollt. Oder ihr wollt vielleicht eure Facecam verschieben und wollt es in der einen Sequenz links haben und dann wollt ihr es vielleicht rechts haben. Oder ihr wisst auch noch gar nicht, wo in dem Spiel, was ihr jetzt als neues Let's Play vielleicht aufnehmt, dann eure Facecam sitzen soll. Also es ist ziemlich doof, wenn man die Facecam mit in OBS einbindet und hiermit aufnimmt, zusätzlich zum Gameplay. Es gibt aber eine relativ einfache Möglichkeit, wie ihr Gameplay und Facecam getrennt voneinander aufnehmen könnt, um dann später im Schnitt zu entscheiden, wo und ob die Facecam überhaupt gerade in diesem Teil des Videos zu sehen sein soll. Vor allem in welcher Größe und mit Greenscreen, ohne Greenscreen. All das könnt ihr dann später im Schnitt selber entscheiden und müsst die Aufnahme nicht wegschmeißen und mal neu machen. Und das Ganze werden wir jetzt einmal machen. Um das zu tun, werden wir jetzt erstmal ein neues Profil anlegen. Das heißt, hier oben links klicken wir auf Profil und das Profil, das nennen wir dann hier unter Neuaufnahme-SBS. Ich nenne das immer SBS, das ist für mich das Zeichen, dass es ein Profil ist, Side-by-Side. Side-by-Side bedeutet eigentlich, dass man zwei Sachen nebeneinander hat. Ob wir das jetzt nebeneinander oder untereinander machen, das zeige ich euch gleich. Wir nennen es Aufnahme-SBS und dann erstellen wir auch eine neue Szenensammlung. Und diese Szenensammlung, die nennen wir dann auch Aufnahme-SBS. So, mit einem frischen Profil und einer frischen Szenensammlung fangen wir nun an, das Ganze vorzubereiten. Als allererstes müssen wir unsere Basisleinwand definieren. Dafür gehen wir hier unten rechts auf Einstellungen und gehen dann auf Video. Und jetzt kommt an sich der Trick dieser ganzen Sache. Denn wir machen die Basisleinwand nicht 16 zu 9, sondern wir machen sie größer. Und hier kommt es jetzt drauf an, welche Quellen ihr habt. Gehen wir davon aus, ihr habt eine Basisleinwand von 1920x1080, also der Auflösung eures Gameplays. Und ihr habt auch eine Facecam in 1920x1080. Dann müssten wir beides addieren. Habt ihr zum Beispiel Gameplay in 2K, das heißt 2560x1440. Und ihr habt eine Facecam in 1080p, dann müsstet ihr das auch addieren. Was ihr also macht, und das zeige ich euch jetzt mal anhand des Editors, da rechnen wir jetzt mal ein bisschen zusammen. Ihr errechnet euch eure Basisleinwand. Nehmen wir das Ganze mal hier neben und dann gehen wir mal von dem folgenden Beispiel aus. Ihr habt eine Gameplay-Szene, also euer Spielbild ist 1920x1080. Eure Facecam ist auch 1920x1080. Als Resultat würde nun rauskommen, dass ihr nun schaut, ob ihr das Ganze untereinander oder übereinander legt. Wenn ihr es untereinander legt, dann wollt ihr die Breite addieren. Das heißt 1920x1920 plus 1920. Dann legt ihr es untereinander, dann würdet ihr die Höhe addieren. Also 1080x1080. Wichtig ist, dass ihr schaut, welche Auflösung eure Grafikkarte, mit der ihr dann aufnehmt, überhaupt unterstützt. Bei Nvidia ist es zum Beispiel, dass aktuell 4096x4096 das Maximum ist. Habt ihr bei der Breite oder bei der Höhe ein höheres Maß bzw. einen höheren Wert, würde ihr Encoder beim Starten der Aufnahme fehlschlagen. Das solltet ihr also auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn ihr nun errechnet, welche Basisleinwand ihr braucht. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir einfach beide Quellen untereinander legen. Das heißt 1920 plus 1920, nein, rechnen wir nicht. Wir wollen ja untereinander. Bleibt bei 1920 Breite. Und um es untereinander zu legen, berechnen wir die Summe aus 1080 und 1080, was 2160 ist. Wir sind mit beiden Werten jeweils unter den 4096, also würde das für uns passen. Berechnen wir das Ganze doch auch nochmal für eine andere Auflistung. Das heißt, wir haben zum Beispiel Gameplay in der Größe 2560x1440, also 2K. Und wir haben eine Facecam in 1920x1080. Jetzt überlegen wir, was können wir machen. Nebeneinander legen könnten wir hier theoretisch schon nicht mehr, denn ihr seht 2560 plus 1925 geht definitiv über 4096. Also passt das für uns auf jeden Fall nicht mehr. Unsere einzige Möglichkeit ist hier auch wieder, das Ganze untereinander zu legen. Also würden wir 2560 nehmen. Das größte der beiden. 2560 mal und hier die Summe aus 1440 plus 1080, was dann 2520 ist. Gut, jetzt haben wir hier unsere Auflösung einmal berechnet und dann machen wir das Ganze doch mal in OBS. Ich nehme mal hier das Fenster und wir machen jetzt mal hier die Basisleinwand auf 1920x2160. Das Ganze könnt ihr händisch eingeben, das heißt nicht im Dropdown auswählen. Ihr müsst da reinklicken mit der Return-Taste löschen und dann eingeben. Ihr seht, dass wir jetzt kein 16 zu 9 Seitenverhältnis mehr haben, was aber auch nichts macht. Bei der skalierten Ausgabeauflösung würden wir das Ganze jetzt auch auf 1920x2160 stellen. Also keine Skalierung und dann halt eigentlich nur noch unsere FPS einstellen, zum Beispiel 60 übernehmen und schon habt ihr so einen komischen Bildschirm. Und ihr wundert euch, ups, wir klicken auf OK. Was ist denn nun passiert? Was passiert ist, ist, dass ihr nun zwei Quellen untereinander legen könnt. Das heißt, theoretisch könnten wir nun unser Gameplay nach oben legen. Als Beispiel mache ich das Ganze jetzt mal hier mit einem Bild, das heißt, das Bild wäre unser Spiel. Ich nenne es jetzt auch mal Spiel und dort habe ich jetzt eine Quelle, die 1920x1080 hat. Dann klicke ich auf OK, kann hier das Schloss setzen. Ich habe oben mein Gameplay und darunter lege ich jetzt einfach noch meine Webcam. Das heißt, auf Plus gehen, dann Videoaufnahmegerät und das Ganze ist jetzt meine Webcam. Hier wähle ich jetzt meine Webcam aus, gehe auf Auflösung, um diese auch auf 1080p zu stellen, Benutzer definiert, wähle die Auflösung 1920x1080 aus, Videoformat MJPEG, Farbraum 709, Farbbereich teilweise und aus die Maus. Dann einmal auf OK und jetzt ist das Ganze ja da drüber. Was wir machen und was wir ja wissen ist, dadurch, dass beide 1920x1080 sind, ich brauche das Ganze nur hier unten ranziehen, bis es da ran snappt und dann das Schloss klicken und schon sind beide Quellen perfekt untereinander. Jetzt kann ich alle anderen Settings so machen, wie ich es sonst gewohnt bin, das heißt, meinen Encoder einstellen, meine Audioquellen einstellen, kann die Aufnahme starten und später würde ich dann diese Datei, die ich jetzt habe, die ich aufgenommen habe, einfach in mein Videoschnittprogramm laden und kann dort mit Crop zum Beispiel das Ganze so zurechtschneiden, dass ich meine Facecam und mein Gameplay getrennt voneinander schneiden kann. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einmal kurz in Adobe Premiere an. In Adobe Premiere würde ich einfach nun meine Aufnahme nehmen und sie in die Timeline ziehen und dann würde das Ganze ja relativ komisch aussehen. Wichtig ist, dass ihr als nächsten Schritt nun schaut, dass ihr die Sequenz auf die Auflösung stellt, in der ihr das Video später ausgeben wollt. Das heißt, hier auf Sequenz gehen, dann bei Sequenzeinstellungen draufklicken und dort sollte natürlich jetzt das Video dann die Auflösung haben, in der ihr nachher rendern wollt. In meinem Fall zum Beispiel 2560 mal 1440, also 2K. Wir klicken dann auf OK, dann nochmal auf OK und jetzt seht ihr, was passiert ist. Das Ganze ist abgeschnitten, was uns aber auch noch nicht wehtut, denn im Endeffekt wird jetzt das Magic passieren. Wir gehen einmal hier unten zu unserer Timeline und dort auf die Videoquelle. Rechtsklick, Verknüpfung aufheben und dann mit gedrückter Alt-Taste hier auf die Videoquelle klicken, hochziehen und damit haben wir das Ganze kopiert. Die obere, die werden wir jetzt erstmal ausblenden, das wird später unsere Facecam. Und diese untere Videoquelle, die werden wir jetzt erstmal bearbeiten. Dafür gehen wir hier auf Position und bei Position können wir das Ganze jetzt nun mit dem rechten Schieberegler nach unten ziehen. Das heißt, einfach so lange drehen, bis es unten ankommt. So, jetzt seht ihr, dass ihr einen schwarzen Rand habt, das Ganze muss passen. So, und schon haben wir unser Gameplay. Und theoretisch, wenn wir das Video jetzt abspielen würden, hätten wir hier nur unser Gameplay am Laufen und nichts anderes. Also an sich kein Problem. So, jetzt wollen wir aber unsere Facecam haben und die wollen wir theoretisch schneiden können. Das heißt, dass sie mal links ist, mal rechts ist. Also binden wir die zweite Videoquelle ein. Jetzt ist wieder alles überdeckt. Und was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir gehen wieder auf Position. Dabei müsst ihr natürlich dann diese Videospur für die Facecam markieren. Und dann schieben wir das Ganze nach oben, bis wir nur noch unsere Facecam haben. So, jetzt haben wir immer noch ein ziemlich kaputtes Bild. Und jetzt kommt der Cropfilter. Das heißt, wir gehen hier auf Effekte, suchen einmal nach Zuschneiden. Dort ist er unter Videoeffekte, Transformieren, Zuschneiden. Den ziehen wir jetzt auf den oberen. Und jetzt haben wir hier links noch die Möglichkeit, das Ganze zurechtzuschneiden. Und zwar wollen wir von oben jetzt etwas abschneiden. Hättet ihr oben und unten jeweils 1080 als Höhe, wäre es einfach. Dann würdet ihr 50% eingeben und das Ganze würde passen. Da wir oben aber ein bisschen mehr haben, müssen wir hier auch ein paar mehr Prozent wegschneiden. Das heißt, ihr guckt, wie viel ihr haben wollt. Da müsst ihr jetzt nicht exakt sein. Das heißt, ihr schaut einfach, ich möchte jetzt so viel wegschneiden. Dann schneidet ihr rechts einfach noch was weg. So, jetzt passt das Ganze auch. Und ihr könntet theoretisch auch links noch was wegschneiden, wenn es euch nicht passt. Aber jetzt habt ihr eure Videoquelle von der Facecam alleine. Und diese Videoquelle, die könntet ihr jetzt bewegen. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, könnte ich jetzt durch Bewegung nur meine Facecam hin und her verschieben. Und ich kann sie natürlich auch kleiner machen. Das heißt, über Skalieren kann ich jetzt sagen, ich möchte meine Facecam in dieser Größe haben und möchte sie jetzt hier rechts haben. Ich könnte jetzt sagen, am Anfang soll zum Beispiel meine Facecam nicht zu sehen sein. Das heißt, ich gehe jetzt hier ein Stück hin, schneide ein Teil raus, entferne das Ganze mit Entfernen. Und jetzt würdet ihr sehen, alles klar, der Anfang des Clips ist ohne Facecam. Und dann ist meine Facecam da. Ihr seht also, dass ihr damit mit dieser Methode eigentlich relativ frei am Drehen seid, wie ihr nachher euer Video produzieren könnt. Wichtig ist halt vorher immer zu schauen, dass man so aufnimmt, dass man alle Medien, die man im Video verwenden möchte, auch getrennt voneinander bearbeiten kann. Und das kann man nun durch diese Möglichkeit der getrennten Aufnahme von Facecam und Gameplay. Und dann ist euer Kreativität keine Grenze mehr gesetzt, richtig geile Videos zu produzieren. Ja, an sich sind wir dann auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, das Ganze konnte euch helfen und hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao! 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 Ciao!